Der wahre Egoist kooperiert, statt dass er konkurriert. Industrie und Behörden fischen IT-Fachkräfte vom Markt weg mit Gehältern, die den üblichen Rahmen des Fachhandelsgeschäftes einfach sprengen. Es gibt gar keinen Fachkräftemangel, die Mitarbeiter sind nur woanders. Aber im Umkehrschluss heißt das für dich doch auch, du hast die Mitarbeiter, die für deinen Wettbewerb woanders sind und läufst ständig Gefahr, dass dir deine guten Leute abgeworben werden. Schließt euch zusammen, teilt Ressourcen, macht gemeinsame Sache. Die Zeit des Wettbewerbs in unserer Branche hat sich überholt. Es gibt kaum ein Unternehmen, welches keine neuen Mitarbeiter sucht.